In den Displays von Mobiltelefonen sind sie heute schon Alltag. OLEDs, organische Leuchtdioden. Ihre Bedeutung wird in Zukunft noch zunehmen. Bestehende Technologien in Beleuchtungssystemen werden nach und nach durch OLEDs abgelöst werden. Bei genauerer Betrachtung eines OLED-Displays sieht man, dass die Bildpunkte aus dreifarbigen Pixeln bestehen. Genau wie bei klassischen LCD-Displays. Diese drei Untereinheiten leuchten jeweils blau, grün oder rot. Durch Überlagerung dieser Einheiten werden weitere Farben erzeugt. Sehen wir uns die grüne organische Leuchtdiode im Querschnitt an. Ein transparentes Material dient als Träger. Die einzelnen Schichten werden mit einem Aufdampfungs- oder Druckverfahren aufgebracht. Die erste Schicht ist die Anode, die Hole Injection Layer. In blau sieht man die sogenannte Hole Transfer Layer. Darauf wird dann die Emissionsschicht Molekül für Molekül aufgebaut. Auf dieser ist in grau die Elektronentransferschicht dargestellt. Zu guter Letzt wird das gesamte OLED-Bauteil durch die Kathode abgeschlossen. An das Bauteil wird eine Spannung angelegt. Nun bewegen sich Elektronen von der Kathode und Löcher von der Anode in die Emissionsschicht. Treffen Löcher und Elektronen zusammen, werden Photonen, also Lichteinheiten, frei. Um eine optimale OLED herzustellen, braucht es, wie in vielen Gebieten der organischen Elektronik, eine Vielzahl experimenteller Anläufe. In zahlreichen Versuchen stellen die Forscher und Entwickler Prototypen her und testen diese. Ein zeit- und kostenintensiver Prozess. Im Institut für Nanotechnologie des Karlsruher Instituts für Technologie haben Forscher nun eine Software entwickelt, mit der sich dieser Prozess am Computer simulieren lässt. Die Simulationen von Simona werden in Großrechenzentren durchgeführt. Mithilfe der Computerberechnungen suchen die Forscher nach geeigneten Farbstoffmolekülen und optimieren die Materialeigenschaften. Im Vergleich zu den zeitaufwendigen Realexperimenten im Labor ist Simona eine präzise Methode, die Zeit und Geld spart. Die elektronischen Eigenschaften und der Ladungsträger-Transport in einem Material werden über Simona virtuell abgebildet und optimiert. Als Basis dienen hoch aufgelöste Morphologie-Vorhersagen und quantenmechanische Berechnungen. Links vor der Optimierung, rechts nach der virtuellen Optimierung durch Simona. Die Packungsdichte der Emissionsschicht ist kompakt. Die Ladungsträger-Mobilität ist hoch und die Quantenausbeute gleichmäßig. Aus der virtuellen Optimierung leiten die Wissenschaftler die Molekülstruktur und wichtige Parameter für die Herstellung der realen OLEDs ab. Mithilfe dieser Daten wird dann ein Prototyp erstellt. Die Displays der Zukunft könnten auf formbaren Trägermaterialien gefertigt werden. Das Ergebnis? Flexible, rollbare Bildschirme. Soll eine solche Technologie kosteneffizient sein, müssen die Materialien vor der Produktion virtuell optimiert werden. Hier spielt eine Simulationssoftware wie Simona eine Schlüsselrolle.